Liebe GSG-Familie, das Jahr geht zu Ende. Weihnachten steht vor der Tür. Ein ereignisreiches Jahr, sportlich sicherlich nicht optimal für uns gelaufen. Eine schwierige Zeit in der Pandemie für uns alle, besonders natürlich für die Familien zu Hause. Wir wünschen uns alle ein besseres Jahr, einen guten Ausklang des Jahres. Wir werden morgen sicherlich damit anfangen und alles geben, dass wir sportlich wieder in die Spur kommen. Und wir alle, die Mannschaft, der Verein wünscht Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dafür haben die Jungs noch was für euch vorbereitet. Fürs Herz, aber vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie oft hat mich zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, dein Kleid will nicht was lehren. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, 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 oh